Unbedingt ein Feuerzeug, wieso? Weil wenn der Gas das Portal trifft, dann ist aus. Weil wenn der, weißt du? Du nimmst doch einen Fallschirm mit ins Flugzeug, ne? Ja klar! So, Portal ist aus! Gas hat dann getroffen! Genau! Ja klar! Also ich seh das von hier, von hier ist das an! Von hier ist das aus! Also nimm auf jeden Fall ein Feuerzeug mit! Ok, hab ich! Oh cool, Gas-Craftor ist daneben aufgetaucht! Jetzt haben wir zwei Tore! Ich bin da schnell mit GM durchgegangen! Voll cool! Oh oh, da ist wirklich ein Gast! Hat einer Pfeil und Bogen bei? Jetzt ist der eine wieder aus! Schieß den Feuerball zurück! Ja! Also der Mann trifft damit ja so hardcore geil, weißt du? Ja, pass auf! Ich komm! Ja, ich auch! Oh oh, da schießen jetzt zwei auf uns! Oh mein Gott! Das ist kräftig! Ah, Quatsch! Nicht, dass die jetzt so von unten den Berg aushöhlen und gleich kommt ein Ding und wir fallen alle runter und sind tot! Ich kann schwimmen! Das wäre epic! Genau! Was machst du denn da? Cars-Craftor burned to death? Das war ich aber nicht! Das war ich nicht! Oh oh! Oh oh! Ich hab nichts gemacht! Oder ist er in meinem Pfeil gesprungen? Ich hoffe doch nicht! Pitta! Oh, Magma Schleim von hinten! Oh, ich hab ihn getötet! Warum brennt er denn schon wieder? Ah, jetzt brennt der andere! Okay! Aha, war Ted! Ich war das? Was hab ich denn gemacht? Du hast ihn gehauen! Ich hab doch noch niemals ein anzündendes Schwert! Ein Hauen! Der ist doch weg, seit er mich irgendwann getötet hat! Oh oh! Ein Schweinemensch! Höllentor! Ich mach mal hier ähm... Waypoint hin! So, sollen wir mal die Schweinemenschen äh... Was sollst du? Ja, ne, hier vielleicht jetzt gerade nicht! Nein! Boah, wer hat doch... Rübe, hau jetzt ab! Du kannst jetzt nicht raus hier und meine Aufnahme stören! Doch klar kann er das! Oh, Standbild! Oh oh! Oh, voll viel Schwein um dich rum, Pitta! Ah, geht wieder! Klau dem Peter bitte möglichst viel XP hier, ne? Wenn, äh... Und dem Carscraft natürlich auch! Danke, Heiko! Guck mal, die sind voll angepisst! Aber die sind voll angepisst! Oh, du musst aufpassen! Voll aggro sind die! Lauf mir nicht in die Klinge, bitte, ja? Haha! Guck mal, was ist denn hier? Der hat's nicht gesehen! Was? Gott, hab ich nicht gesehen! Aber komm, wenn wir schon mal hier sind, tun wir ein paar Glowstones, das bringen das glaube ich! Weil da sind richtig geile Vorkommen hier! Ja, sind... Ja, kommt man da auch gut hin? Ja, klar! Wo denn? Warte, wir gucken mal eben! Sollen wir eben hier gucken, wo die Feuer in der Höhle... Oh, hier ist gar nichts drin in der Höhle, toll! Oh! Sehr schön, sehr schön! Nix da! Sehr schön, sehr schön! Ich bin in der Lava! Oh, oh! Warte, ich könnte dich mit der Wichse löschen! Haha! Aber meine Herze haben sich da drin noch regeneriert! Oh, Carscrafter was slain! Carscrafter hat den Wichse gepackt! Ah, ich war noch nicht! Scheiße! Noob hat den Wichse gepackt! Noob hat den Wichse gepackt! Ja, sollen wir einfach da runter springen? Ne, da runter bringt ja nix, ne? Sollen wir uns nicht... Guck mal hier in dem Mittelding da, ne? In dieser fetten Säule! Ja? Ey! Fetten Säule, Mittelding! Wo denn? Ja, zum Startportal hin, die Richtung! Ja! Wir könnten uns jetzt da hochgraben und von oben dann einfach das abernten! Weißt du? Weißt du, wie ich schmähe? Ach so! Erstmal müssen wir hier die Schweinepriester loswerden! Oh, ist alle tot! Portal ist aus! Haha! Oh, oh! Oh! Die wollen nicht mich! Doch, dich wollen die! Einmal durch! Tett ist da hinten! Ja, dann hau da drauf! Alle durch! Hau da drauf! Ja, dann wollen die aber mich! Ich hau da auch drauf! Ja, warte! Ich warte, die war hier und sammle die XP! Du Aschloch! Ja, sauber! Ding, ding! Ich muss ja auch mal benutzen, ich habe 46 Level! Ja! Müsste ich vielleicht mal machen! Den Gast hole ich mir! Bam! Boah, den hast du aber abgekriegt, oder? Der ging genau vor mir! Den aber! Voll in die Fresse! Sie war Zelda! Peter hat den Wichse gepackt! Ah! Ah! Wo ist denn der Heiko? Gräbt der schon da hoch? Ja, klar! Ehrlich? Ach so hat er das gemacht! Mann, Mann, Mann! Stimmt, ich habe den Wichse gepackt! Ja, du hast den Wichse gepackt! Bah! Ist das nicht eklig, was du machst? Das war ja... Der sah so niedlich aus von hier, ne? Das ist nämlich die Blume! Ich will die Blume nicht! Ach, Mist! Hau ab! Ich mach dir Licht! Komm, ich mach dir Licht! Nein, wirklich, ich will nicht dein Licht! Ach, hier hast du halt vergessen! Hier! Was hab ich vergessen? Da liegen noch Steine! Nimm die doch auf! Die nehm ich doch nicht mit! Oh, Mann, oh! Was sollen wir denn damit? Wir können ja einen riesigen Höllentempel bauen! Ne, das machen wir aus, ähm... Quarz! Aus Obsidian machen wir das, ne? Ne, aus Quarz! Lol! Das neue Item aus der Hölle! Wo wir stundenlang fahren müssen! Alles Quarz! Okay, und was kann man denn so genau daraus machen nochmal? Quarzblöcke! Sonst nix? Das ist schon ein bisschen wie Marmor! Ja, hau ab mit der Wichs! Ich nix die nicht! Du hast das jetzt zerberührt! Du kannst die jetzt nicht hier vergehen lassen, also... Oh, das ist ganz schön tief, ne? Ja, ich, äh... Man müsste eigentlich einer oben, einer unten stehen, dann könnte man von hier oben in dieser Schicht immer, oah... In der Schicht hier den Glowstone abernten, weißt du? Ah! Und einer koordiniert, oder wat? Dann bräuchte man nicht immer so ein Gerüst! Soll ich mal hier runter gehen? Ja, sag mal in welche Richtung! Ähm... Äh... Ja... Warte mal! Müssen wir erstmal zu einem durchbauen, weil bei dem, wo der Heiko ist, da... Ist ja schon wat! Weil da sind noch drei, wo er nicht drankommt! Aber die kriegt er mit Sicherheit jetzt gleich! Äh... Dann nehmen wir doch die da hinten! Also eigentlich... Ja, ich hab leider keinen Kompass angezeigt! Oh! Boah, aber die sind alle voll weit weg! Da musst du schon einen ordentlichen Tunnel graben da oben! Aber ne, ich komm hier auch nicht runter, um die Koordinaten zu gucken! Ah, ich seh aber gerade da hinten wieder welche! Wo? Da oben durch, oder was? Ah ne, da ist Heiko schon dran! Hallo! Ja genau, an denen war er ja schon dran! Boah! Warte hin! Unter mir der Block! Hat er weggeschlagen? Ja, dann geh mal einen Schritt nach vorne Ted! Wieso? Dann seh ich dich besser! Hi! Ted hat den Wichse gepackt! Ne! Ne, hab ich nicht! Nicht, aber den liegt da irgendwo! Wo ist denn die Wichse? Nun, hast du den Wichse gepackt? Ja, klar! Die hast du bestimmt da oben auf das Ding vom Heiko draufgeschmissen! Auf diesen Arm! Ja, wollte! Aber ist leider durchgefallen! Hat der Heiko es vielleicht trotzdem aufgehoben? Weil hier ist nix! Nun, passt du die? Ich hab die nicht! Ach doch jetzt! Hahaha! Ted hat den Wichse gepackt! Nein! Scheiße, ey! Nein, Wichse! In Scheiße wäre noch besser! Warte, brauchst du einen Stein? Wieso braucht der Pillar einen Stein? Ah, der kommt nicht hoch! Warte hier! Ich geh auch mal hier hoch! Ja, komm mit Ted! Komm! Du überlebst dann auch wenn du runterfällst! Ihr wollt mich doch eh da runter schlagen nur! Ich spring da hier in Lava, da ist das nicht so hoch! Was hast du denn hier für ein riesiges Loch reingebaut in der Mitte? Das war schon so, als ich da hergekommen bin! Nein, das entspricht nicht der Wahrheit! Nicht? Nein! Dann war das ein anderes, was du meintest! Das macht keinen Sinn, Heiko! Ich hab Effizienz 4, da kannst du nicht gegen anbauen! Cheater! Ich werf dich nicht hier runter, du brauchst nicht rennen! Ja, also wir machen hier oben einen Nicht-Angriffspakt, okay? Also nicht den Boden unter uns wegschlagen! Brauchen wir nicht! Ich hab alle Gas freigelegt, die sehen uns jetzt! Lol! Ist das jetzt ein Epic-Battle oder was? Sauber, da kommt schon der erste! Damn! Oh oh! Weil unter uns ist nix, ne? Was ist denn da? Lava oder was? Weiß ich nicht! Da ist ein Stück Lava, sehr geil! Guck mal, Ted hat Angst! Ey, weil hier ist die nächste Säule! Ich will nicht sterben und mit den ganzen coolen Items, die ich vorhin dem Heiko geklaut habe, in die Lava fallen! Oh, hier ist ein Gas auf Augenhöhe! Den hole ich mir! Oh, hier noch! Bam! Hier ist keiner! Geil, der hat Träne fallen gelassen! Da sind die nächsten Glowstones da hinten! Ich hab ne Gasträne! Hui! Warte, ich kann nicht mal sagen, woher! Boah! Boah, ich hasse das! Hier hab ich permanent Druck auf der Blase, wenn ich nur ein Feld unter mir hab! Echt? Geil! Mist, ich hab auch kein Feuerzeug! Oh, okay, da ist ja der Rand! Oh, hier ist auch der Rand! Dahinten ist noch ein riesiges Feld! Mit Glowstones? Ja, wenn er weiter Richtung Norden, also in die Richtung, wo ich jetzt gerade guck, und dann nach Westen! Ja, ich seh grad nicht, in welche Richtung du guckst, aber... Pff, da so lange! Krass! Hier, Heiko, nimm mal das hier! Ich will ganz viele Gas! Da, hier, da, nieder! Hui! Warte, ich will das erste Mal was essen! Oh, ich auch! Wer von euch hat das Feuerzeug? Ich hab'n Feuerzeug! Weil, wir sollten die Höllentor mal anzünden, bevor du stirbst! Oh, jetzt hab' ich's runtergeworfen! Wo muss ich denn lang hier? Ich weiß grad gar nicht, wo ich lang muss! Das hatte ich mal im Singleplayer! Da musst du die ganze Zeit gucken, dass der Gas das Höllentor wieder trifft! Hier bin ich! Ähm... Ach, da! Okay, hier bin ich jetzt! Ich bin über'm... Tor! Ja gut, aber ist ja auch nicht so schwer, den Gas das treffen zu lassen wieder, ne? Ja, wenn keiner da ist! Ach so, war kein Gas da? Jetzt gerade nicht, zumindest! Ja, das ist natürlich kacke, ne? Anders war ich den auch gerade getötet! Du! Rübel, nerv nicht die ganze Zeit! Sonst muss ich dich, ähm... Essen! Essen! Genau! Essen! Der will wahrscheinlich gerade essen! Deshalb nervt er auch so rum! Weil der Ted is Katzen! Ja, Rübel, willst du gerne essen? Aber jetzt gibt's noch nix! Du fällige Katze! Nix gibt es! Nix gibt es! Nix gibt es! Kann verhohren von mir aus! Nein, oder? Kannst die Kala essen im Zweifelsfall! Ah, 22 Lostown! Sehr gut! Sehr schön! Sehr schön! Ach guck mal, er... er... reagiert nur nicht, er handelt auch selbstständig! Ja...